Tiere sind bei weitem nicht so berechenbar wie Menschen. Schenkt dem Vieh einen schnellen Tod. Ja, dem Vieh werden wir mal ein schnelles Krepieren bescheren. Denn, ähm, blablabla, 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 wir könnten eigentlich auch mal ein Level aufsteigen, ne? Denn ich möchte diese Gilde, oder ja, wie auch immer man's nennen kann, so schnell wie möglich abschließen. Säubere, was Grauwinterwacht. Okay, das ist da. Aktueller Standort. Ja, da sind wir ja eigentlich richtig, ne? Dann müssten wir jetzt rein theoretisch nur irgendwie aus dem Dorf kommen und die Bestien erledigen. Aber vorerst ändere ich mal wieder... Ach, ich kann doch... Och, was mach ich denn jetzt? Äh, kann ich mal meine Sachen verkaufen gehen? Damit wir erstens Kohle haben, zweitens, äh, ja, einfach damit wir... So, ja, genau. Das war's. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Äh, habt ihr was zu verkaufen? Blablabla, 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 so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, halt die Schnauze, halt die Schnauze, hab ich gesagt. So, äh, kochen und bachen, hm. Ja, komm, verkaufen wir mal. Scheiß auf das Zeug hier. Ich brauche keine Waffen oder was auch immer. So, das kann ich auch verkaufen. Das hier, das hier. Das nicht. Das, äh, kann ich nicht verkaufen. Das auch, das auch, das auch. Das auch, das auch. Das auch, das auch. Äh, Pferdefell. Das auch, Silberbarren. So, jetzt kommt die eigentliche Verkaufsdingens hier. Das hier. Ei, 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 ei. So, jetzt haben wir schon fast Verkaufs... Was? Nein, wir haben... Wir haben doch jetzt nicht gerade alles ver... Oh, nee, oder? Ich hab doch... Tut mir leid, Leute. Wir müssen das halt jetzt nochmal, äh, sehen. Einfach, weil ich so bedeppert bin. Oder wisst ihr was? Äh, ja, wir haben den ausgenommen. Naja. Wisst ihr was? Wir sehen uns wieder, wenn ich an dem Punkt bin. Denn ich hab gerade alle meine wunderschönen Waffen für... Äh, praktisch nichts hergegeben. Also nicht praktisch, sondern, äh, ganz offiziell für gar nichts. Hm. Naja, okay. Dann bist du, ne. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Außerhalb, ähm... Von Windhelm. Und ich muss ja mal grad so sagen, also wenn ich mir das so anschaue, die ganzen Ländereien so... Das erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe. Und zwar, äh, wie hieß es, äh... Ah, wie hieß es? Rohan. Genau, Rohan. So hieß es, ähm... Das erinnert mich ganz stark an Rohan. Dieses ganze Dingens hier. Auch mit dem Pferden und so. Dem Schildbrüdern, so dieses Dings da oben. Ja, alles, ähm... So richtig klasse von... Ich würde jetzt mal sagen, Herr der Ringe imitiert. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Komm mir einfach grad so vor. Und, äh... Ja, wir gehen weiter. Den Weg entlang. Oh, ist das schön. Wenn ich eine Argonia wäre, dann würde ich jetzt den ganzen Weg schwimmen. Und zwar extra. Aber wir sind ja eine Katze und wir scheuen ja in der Regel Wasser. Und deshalb... Gehe ich da mal nicht rein jetzt. Und ich habe Angst, ehrlich gesagt, dass ich einem Drachen begegne. Weil in meinem Zustand... Hätte ich... Keine Chance. Nein, ich habe mich infiziert mit einer Krankheit. Oh, Mann. Wie doof ist das denn jetzt? Ja, da kommt einmal ein Hund an und dann infiziert er mich mit einer Krankheit. Oh! Das gibt es doch nicht jetzt. Ich glaube, da oben muss ich hin, oder? Holla, holla, holla. Ist aber ganz schön weit. Ja, und so sehe ich aus. Ihr habt mich ja noch gar nicht ohne Kapuze gesehen. Genau so nicht anders, meine Freunde. Was habe ich eigentlich mit der Kapuze gemacht? Habe ich die verkauft? Ich glaube, ja. Hm. Ich muss ins Wasser, wenn ich da rüberkommen will. Weil ich sehe hier keine Brücke. Nirgends. Ja, dann... Flatschen wir uns mal rein. Huch. Ist ja gar nicht tief. Da kann ich ja rennen drin. Okay. Auch gut. Können wir mal früher sagen, dann hätte ich mir jetzt nicht den Knöchelbrechen brauchen. Oh, nee. Ja, ein Schlag. Und Schiss. Ein Mammutkopf. Huch. Ach so, Bergblume. Ich dachte schon, ich kann dem jetzt den Mammutzahn rausreißen. Boah, was ist das denn? Eine Libelle. Hey, wie geil. Und was ist das denn jetzt? Ach, das sind Krabben. Ich dachte schon. Was sind das denn für komische Dinger jetzt? Ich will die fangen. Komm her. Hoch. Blaue... Was, Blei, was, irgendwas, keine Ahnung. Da oben, was ist das denn? Ein Turm. Ein Turm. Ziemlich uninteressant momentan, da wir hier versuchen raufzukommen, um die Dinge kaputt zu machen. Schlachterfisch. Ach, das waren die Gegner. Hey. Ja, komm mal her. Irgendwann werden wir schneller sein als hier. Und dann werde ich euch alle erjagen. Alle miteinander. Und auffressen. Bei lebendigem Leib. Gut, dann mal hier hoch. Ach, das ist ein Wuchs. Oh, wie süß. Warum sind meine Frames gerade so richtig niedrig? Das ist ja mal ekelhaft. Ja, auf jeden Fall sind wir angekommen, wo wir sein sollen. Glaube ich. Oder? Was ist das denn? Hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, okay. Was war das denn jetzt gerade? Totenbeschwörer Vampirstaub. Okay, der Ritualstein. Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, um sie für die Kämpfe zu lassen. Zeichen annehmen. Die können wir, glaube ich, immer wieder wechseln. So wie ich das in Erinnerung habe. Wir haben ja die Ritualzeichen von Dingens gar nicht, ne? Da oben, als wir mit dem anderen hätten runterkommen sollen. Ach du Scheiße. Wow. Ach du meine Güte. Hey, was ist denn hier los? Ach, hier rein muss ich. Ja, unten her. Hier unten rein. So. Grau Winterwart. Nöle. Wen interessiert's? Och du, meine Fresse. Ist das ein Wehrwolf? Ach du Scheiße. Nee, 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 nee. Es ist ein Troll. Ach du liebe Neune. Ich habe keine Chance gegen den. Wie soll ich denn das machen, bitte? Der ist ja viel zu stark. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja, wenn ich schnell genug gedrückt hätte. Selbstverständlich. Versteht sich. Oh Mann, ey. Mann. Okay, also zwei Schläge halten wir aus. Drei nicht. Gut. Dann merke ich mir das. Verdammt nochmal. Was? Noch einer? Was? Ey, wie viel? Nee, ohne Spaß jetzt. Wie viele sind denn da? Wie viele muss ich von denen töten? Also, wenn es einer ist, dann ist es okay. Aber wenn es mehrere sind? Nee, den da oben brauch ich nicht töten. Es ist nur einer. Nee, den da oben brauch ich nicht töten.